Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern im Islam, es gibt tausende Hadithe, es gibt weit über 6000 Verse im Koran. Und was für uns wichtig ist, ist, wie wir diese Verse, wie wir die Hadithe in der Gegenwart umsetzen. Weil es bestimmte Veränderungen in der Welt gab und deswegen ist gefragt, wie wir das alles umsetzen. Zu diesen Sachen, die sehr wichtig sind, wenn jemand ins Paradies kommen will, ist, dass er sich ein Umfeld schafft, das ihn dazu motiviert, das zu tun, was zum Paradies führt. Wenn jemand beispielsweise ein Sportler ist und er möchte Erfolg im Sport haben, dann versucht er sein Umfeld so zu gestalten, dass er zum Training motiviert wird. Das heißt, wie er ist, wie er lebt, wie er schläft und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir auf das islamische Umfeld achten. Der Prophet alaihi wa sallam hat viele Hadithe erwähnt, die uns sagen, dass es für einen Muslim Pflicht ist, unter Muslimen zu leben. Unter Muslimen zu leben. Das heißt, normalerweise kann ich jedem den Tipp geben, wenn er ein Land sieht, wo die Muslime sicher sind, wo sie nicht verfolgt werden oder wo gerade die Bomben auf sein Haus fallen. Das heißt, dass er versucht, zum Beispiel in sein Land auszuwandern, wo er herkommt. Weil selbst wenn sein Land, wo er herkommt, jetzt nicht das islamischste Land ist, dieses ganze Umfeld, was Adhan angeht, was die arabische Sprache angeht, was das Koranlernen angeht, das muss natürlich jetzt nicht für jedes Land gelten. Ihr kennt selber eure Länder besser als ich. Ich rede jetzt allgemein. Ist es gut, auszuwandern. Und das ist eigentlich etwas, wenn wir zu den Büchern der Fokaha gehen, was Pflicht ist. Der Prophet hat gesagt, die Lichter der Kuffaren, der Muslime sollen sich nicht treffen. Das heißt, die sollen sich nicht gegenseitig sehen. Das heißt, man soll so leben, dass man unter Muslimen ist. Warum? Das geht wieder auf andere Hadithe zurück, wie zum Beispiel der Hadith, der sagt, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Das heißt, wenn du unter Muslimen bist, man ermahnt sich gegenseitig. Man erinnert sich gegenseitig. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Alleine den Erwähnen jeden Tag in einem islamischen Land zu hören, ist eine unheimliche Ermahnung. Wenn du zum Beispiel in Marokko bist, beispielsweise, du musst jeden Tag den Erwähnen. So, dann, oder in der Türkei. Das sind schon Sachen, das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Ermahnung. Dann sagt der Prophet, dass das Beispiel von dem, der mit einer guten Person sitzt, der mit einer schlechten Person sitzt, ist, so wie der, der mit einem Miskverkäufer sitzt und der, der mit einem Schmied sitzt. Wenn du mit einem Miskverkäufer sitzt, dann wirst du etwas von dem schönen Geruch abbekommen. Vielleicht gibt er dir etwas ab, aber vielleicht riechst du es nur, vielleicht riechst du danach, danach. Wenn du aber bei einem Schmied sitzt, es wird ein Funk auf deine Kleidung kommen oder deine Kleidung stinkt danach. Nach dem Feuer, nach dem Verbrennen etc. Wenn man immer weiter da sitzt, dann ist vielleicht irgendwann dein Hemd in Fetzen. Das Hemd des Imans. Und, das ist ein sehr wichtiges Beispiel, wenn man immer nur unter Leuten ist, die sich Allah widersetzen, dann kann das sehr schnell dazu führen, dass man vom Weg abkommt. Deswegen, erster Ratschlag, wenn man irgendwo, zum Beispiel in seinem Heimatland, ein Land hat, wo man den Islam besser praktizieren kann, wo man keine Diskussionen hat, wegen Weihnachten etc., Ostern und so weiter, wo die Kinder von vornherein gut Arabisch lernen können, wo die Kinder von vornherein, wo man selber auch Koran und Arabisch lernen kann, wo man den Adhan hört und wo gleichzeitig auch Sicherheit ist, nicht in einem Land, wo totale Unsicherheit und Chaos herrscht, beispielsweise. Dann sollte man das in Angriff nehmen. Jetzt wird jemand fragen, ja, Abu Hamza, warum machst du das nicht? Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das machen. Nur, ich habe, wie gesagt, ein Kind, was schwer krank ist und natürlich gibt es in Deutschland auch Vorteile. Zu den Vorteilen gehört die medizinische Versorgung hier. Für mich ist das nicht so einfach und das muss erstmal organisiert werden. Ich habe es ja schon versucht nach Ägypten, nur dann kam es leider zum Militärputsch und dadurch habe ich in dem Land auch keine Sicherheit mehr. Ich kenne viele Leute, die mit mir zusammen waren, die wegen nichts und wieder nichts verhaftet worden sind oder angeschossen worden sind. Leute, die absolut friedlich sind und mit nichts was zu tun haben. Das ist eine Katastrophe. So, lassen wir dazu. Das heißt, wenn ich irgendwo die Möglichkeit finden würde, auszuwandern, wo die Rahmenbedingungen stimmen für mich, dann würde ich das tun. Jetzt wird jemand fragen, ja, wie wird es die Daba hier lassen? Erstmal in der heutigen Zeit heißt es nicht, dass man die, wenn man auswandert und woanders sein Hauptwohnsitz hat, dass man die Daba lässt. Das ist ja totaler Quatsch. Da ist zum Beispiel damals so ein Schwachsinn, der erzählt wurde, wie ich nach Ägypten gegangen bin. Jetzt ist es hart geworden, jetzt ist er geflüchtet. Was ist denn hart geworden? Was ist denn hart geworden? Das sind Wohnungsdurchsuchungen bei uns gemacht. Wenn das für dich hart ist, dann musst du Angst haben, dass du kein Monerfik bist. Ach, die klingeln morgens um 6 Uhr. Ja, schönen guten Tag. Polizei, hier ist der Durchsuchungsbefehl. Das ist hart. Ey, wenn das hart ist, dann Brustmahlzeit. Das ist doch nicht hart. Hart, dann musst du echt Angst haben, Monerfik zu sein. Hart ist, wenn sie dich auf der Straße foltern, dann kannst du mir sagen, das ist hart. Oder wenn sie dich, wie zur Zeit der Inquisition, auf dem Scheiterhaufen verbrennen, hart. Für wen das hart ist, der muss einen Iman überprüfen. Das ist echt ganz klar, Leute. Das ist nicht normal. Diese ganze Jammerlappen-Mentalität. So, das nur dazu. Ich bin damals gegangen, um zu lernen. Und ich wollte trotzdem und bin auch immer in regelmäßigen Abständen hingekommen. Und heutzutage brauche ich nicht mehr unbedingt anwesend zu sein, um Vorträge zu machen. Ihr kennt mich alle. Wer hat mich vor dem heutigen Tag schon mal live gesehen? Beziehungsweise vorgestern? Einige? Okay. Wie oft? Dreimal? Zweimal? Zweimal? So. Aber wie oft habt ihr im Internet gesehen? Ja, siehst du. So, das ist das. Ich brauche heute nicht unbedingt anwesend zu sein an dem Ort, um da was zu machen. Deswegen, wie gesagt, das zu dem Tipp. Aber, wenn man das nicht kann. Weil wir müssen realistisch sprechen. In vielen Heimatländern von euch ist absolutes Chaos. Vielleicht herrscht sogar Krieg, dass man absolut Angst um sein eigenes Leben haben muss. Vielleicht gibt es ein absolutes Unrechtsregime, wo du Angst haben musst, dass sie bei dir in die Wohnung reinkommen, mehr als hier. Dass sie dich da platt machen. Wenn du das nicht kannst, versuche dir hier ein islamisches Umfeld zu schaffen. Wie kann man das machen? Erstmal, versuch in eine Umgebung umzuziehen. Das heißt nicht, dass man nicht freundlich mit den Mitmenschen umgehen kann. Das heißt mal, dass man die gut behandelt. Ja, weil das wird dann nachher wieder so interpretiert. In Gott, man will sich isolieren. Totaler Quatsch. Das gehört zur Meinungsfreiheit, dass ich sage. Und es ist auch ganz normal, dass Leute, die gleiche Interesse haben, zusammenziehen. Weil so kann man sich gegenseitig eher helfen. Dann versucht euch mit euren Brüdern mindestens einmal pro Woche zusammen zu treffen. In Wohnungen. Schaut euch Vorträge gemeinsam an. Ich mache immer diesen Vorschlag. Das ist ganz wichtig. Macht das in eurem Ort. Mindestens einmal pro Woche. Trefft euch. Dann schaut, was ihr gründen könnt. Was ihr aufmachen könnt. Schaut, ob ihr vielleicht Kindergärten oder Schulen eröffnen könnt. Für Muslime. Für muslimische Kinder. Schaut, ob ihr so etwas machen könnt. Dann schaut, inwieweit das bei euch geht. Schaut, ob ihr selber eine Moschee gründen könnt. Das heißt, das kann ein kleiner Gebetsraum sein. Wie gesagt, das ist mein Tipp. Stellt mal vor, zum Beispiel hier dieses Gebiet, was hier vorne ist. Stellt mal vor, wir hätten jetzt hier 20 Familien, die alle den Islam richtig praktizieren. Wie das einem gegenseitig helfen würde. Deswegen, wenn ihr in einem Ort wohnt, versucht mal, so nah zueinander wie möglich zu ziehen. Dass ihr den Neighborhood zu einem muslimischen Neighborhood sozusagen macht. Wo die ganzen Brüder untereinander wohnen. So kann man ein islamisches Umfeld schaffen, das einem auch besser dazu hilft, den Islam richtig zu praktizieren. Und hat nichts mit Parallelgesellschaft zu tun, hier, für die ganzen Schlauberger. Sondern, das ist einfach ein Interesse, die übrigens nicht gegen die Gesetze in Deutschland verstößt. Bis zum nächsten Mal, liebe Brudis.